Sie haben jeden Hochzeitstag eingetragen, alle Geburtstage sind notiert. Ein Termin fehlt noch, und zwar der 30. April 2012. An diesem Tag wird das analoge Fernsehen über Satellit abgeschaltet. Plötzlich sehen Sie nur noch Schwarz oder Schnee. Und damit das nicht passiert, gibt es von Technisat ein kleines und kompaktes, leistungsstarkes, digitales SAT-Paket für Sie. Bestehend aus der DigiDish 33 und dem SAT-Receiver Digit S2e. In diesem Set können Sie jetzt digitales Fernsehen via Satellit empfangen. Das heißt Programmvielfalt, keine laufenden monatlichen Kosten, wie zum Beispiel beim digitalen Kabelfernsehen. Einmal angeschafft, einmal aufgebaut, grenzenloser Fernsehempfang. Und das Schöne ist, Sie werden es kaum glauben, 33 cm reichen aus. Das heißt, wenn Sie in der Stadt wohnen, wenn Sie einen kleinen Balkon haben, die 33 cm bei der DigiDish reichen für einen digitalen Fernsehempfang. Das Set ist natürlich in der Qualität von Technisat. Das heißt, Aluminium, doppelt pulverbeschichtet, witterungsbeständig. Ein 10 Meter langes SAT-Kabel ist bereits im Lieferumfang schon dabei. Natürlich auch die Halterung für die Wankmontage. Dann haben Sie alles fertig montiert. Vorne sitzt ein kleines Single-LNB. Und das Schöne ist, wir haben in dem Set den passenden SAT-Receiver. Der DigiD-S2E empfängt natürlich mehrere hundert Programme über Satellit. Ob das Astra ist oder andere Satelliten, das ist Ihnen überlassen. Astra kann ich Ihnen empfehlen. Da gibt es wirklich ganz viele Programme. Sie haben die Möglichkeit, ihn dann doch direkt schon über das mitgelieferte Skat-Kabel an Ihrem Fernseher anzuschließen. Und somit wirklich ein perfektes Set. Aber für all diejenigen, die vielleicht auch noch einen analogen Kabelanschluss haben, das Fernsehen wird ja zukünftig immer digitaler. Den ersten Termin, 30. April, ist für all diejenigen, die sagen, Mensch, ich gehöre zu den 2,9 Millionen Haushalten, die immer noch eine analoge SAT-Anlage haben. Bitte sehr, jetzt umrüsten und diesen Termin am 30. April 2012 nicht verpassen. Damit Sie auch wirklich sehen, dass ich mit so einer kleinen Satzschüssel einen perfekten Fernsehempfang habe, haben wir hier eine kleine Europakarte für Sie. Und Sie sehen diese Fläche hier in der Mitte. Das ist die sogenannte Ausleuchtungszone für eine kleine Digi-Dish 33. Das hier übrigens ist Deutschland, liegt vollkommen drin. Das heißt, mit dieser kleinen Schlüssel könnte ich auch noch in Nordspanien, in Italien, auch hoch bis Skandinavien immer noch digitales Satellitenfernsehen empfangen. Denn digital heißt mehr Programmvielfalt, bessere Empfangsqualität. Und für Sie die Sicherheit einmal umgerüstet, noch vor dem 30. April, kann nichts mehr passieren beim Fernsehempfang. Ich werde die Bauchhörigen zu machen. Sie können sich die Bauchhörigen, die wir ja im Bauchhörigen oder so 처분 mit Binden anbский, ab diesen in zu schadern. Und dann stellen Sie die Bauchhörigen, bis hierher aus dem riesigen Fall.